Ich habe Pascal zu einer Jump and Run Challenge herausgefordert. Was er nicht wusste in diesem Parcours sind 6 Sprünge unschaffbar. Es sei denn, man hat einen Sprungkrafttrank. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Also, ich hatte einen Sprungkrafttrank. Pascal hat das Ganze nicht so lustig gefunden wie ich. Es gibt so Krieg. Es gibt einfach so Krieg. Was? Gibt Krieg! Es gibt Krieg! Schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr reagiert hättet. Und wenn ihr genug Daumen nach oben gebt, ja? Dann mache ich entweder eine Entschuldigung an Pascal oder einen weiteren Troll. Je nachdem, wie ihr wollt. Pascal, bist du bereit, auseinandergenommen zu werden von mir? Du willst gegen mich gewinnen? Träum weiter. Kannst direkt jetzt runterfliegen. Oha, aha. Ja, dann würde ich mal sagen, leg los. Ey, Milko, wir hatten das schon mal mit dem Jump and Run verarschen, ne? Ich sag's dir eins. Ich werde dir den offenen Krieg per Papierzettel hinschreiben, wenn du mich jetzt noch einmal verarschst. Ich werde dich so auseinandernehmen. Du wirst dann dein blaues Wunder erleben. Hä? Ich sag's dir. Ich schwöre, Pascal, keine Verarsche. Absolut keine Verarsche. Wenn du willst, können wir auch Seiten tauschen. Ey, alles gut. Ich vertraue dir da jetzt mal. Okay, aber wirklich. Ich schwöre. Ja, es ist gut. Okay, dann leg doch mal los, Pascal. Oh, ein Booster. Super. Hilft mir ja viel. So, also. Wir fangen jetzt mal... Warte, wie? Machen wir nicht zusammen? Ja, doch. Drei, zwei, eins und let's go. Och, Digga. Ey, diese Jumps können doch nicht wahr sein. Hast du es nicht geschafft? Nein. Es geht nicht. Es ist voll easy. Ja, leck mich, Wilco. Für dich ist ja alles easy. Ja, er ist schon bei der Hälfte gefühlt. Willst du mich verarschen? Ich komm da nicht hoch. Es geht nicht, Wilco. Es geht nicht. Es geht nicht. Boah, Digga, Pascal. Wenn das jetzt schon so anfängt. Wir müssen doch hier auch ein geiles Video machen. Willst du mich? Ich verarschen? Och, Digga. Und ich schaff's wieder nicht. Hä? Digga, gerade noch so große Töne spucken, Pascal. Digga, so eine Scheiße, Wilco. Er ist unmöglich. Er ist unmöglich. Wirklich unmöglich. Junge, Pascal. Das ist einfach so easy. Ey, leck mich, Wilco. Wirklich. Du wirst so dein blaues Wunder erleben, ne? Wenn ich diesen Jump gemacht habe, ich werde dich aus dem Leben reißen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Pascal. Es geht nicht. Bist du dir sicher, dass es nicht geht? Ja. Nein, 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 nein. Da täuscht du dich. Wilco, wenn ich dich in die Finger kriege, du wirst so... Ja! Ey, ich bin gleich schon auf dem Baum drauf. Was? Digga, was ist das für eine Scheiße? Wer hat dieses Scheiße gebaut? Du? Okay, kein Wunder. Digga, wirklich. Was ein be... ...es Jump'n'Run. Okay, Pascal. Ich bin auf dem Baum. Und bei dir so? Pascal? Was? Wo bist du gerade? Wie, wo bin ich? Am Anfang. Hä? Du bist am Anfang? Ey, Wilco, wie hast du das geschafft? Du benutzt doch irgendwelche Tricks wieder. Ja, er will mich wieder verarschen. Ey, was für Tricks soll ich benutzen? Wir benutzen genau dasselbe Jump'n'Run. Das ist genau eine Abzocke. So eine Abzocke. Wirklich. Oh, Junge, Pascal, das Ding ist, du bist ja einfach... Du bist so schlecht, Junge. Pass auf, wir machen das jetzt so, ne? Pass auf. Ey, Wilco, du wirst so... Ey, das ist... Komm, ich porte dich jetzt hier auf den Baum. Damit das ein bisschen spannend ist fürs Video, ne? Digga, Wilco! Ist ja unangenehm. Ich geb dir gleich unangenehm. Ey, setz dir da auch mal ein Home, weil du wirst ja eh wieder verkacken. So ein scheiß Leugner. Diese Jumps sind unmöglich. Nein, absolut nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Hä, doch. Guck mal, jetzt musst du einfach... Du bist ja jetzt da hinten, jetzt musst du einfach hier, glaub ich... Ja, ups. Äh, zap, zap, zap. Du musst jetzt einfach ganz locker flockig hier raufspringen. Ja, ganz locker flockig. Auf diesen einen hier. Ich geb dir gleich locker flockig in deine... Junge. ...Auf dem Sichtbemalung. Ja, komm, wir machen... Ja, können wir auch klicken hier. Das kannst du ja nicht hochladen. Das ist ja unangenehm, Junge. Wie schlecht bist du? Elko. Ich werde dich verrotten lassen. Verrotten. Ach. Hier drauf. Ja, mega einfach, ne? Guck, guck, ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Guck. So. Zack. Wilko. Ja. Willst du mich verarschen? Nein. Hä? Äh, Junge, jetzt spring doch einfach hier rauf. Okay. Junge, okay, wir cutten das einfach alles raus. Pass auf, ich... Boah, ja. Junge, ich hätte echt nicht gedacht, dass du so schlecht bist, Pascal. Ey, Wilko, ne? Guck. Hier, wir machen da weiter. Das cutten wir einfach raus. Das... Hey. Ich eröffne hier mit wirklich den Krieg gegen dich. Hä? Junge, wir werden einfach besser in Jump and Runs, Junge. Leck mich. Ey, Wilko. Es ist wirklich unfassbar, wie scheiße du eigentlich bist, ne? Junge, was laberst du mich voll? Was? Wie? Ich laber dich voll. Ich mag behindert boxen. Junge, Pascal, jetzt reiß dich einmal zusammen. Diese Scheiße geht doch nicht. Junge, Pascal, müssen wir gleich noch einen Cut machen und ich port dich wieder vorwärts. Ich kippe gleich, müssen wir noch einen Cut machen. Ega, Digger. Ah, hier muss ich lang. Okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ah. Ja, ich bin gleich schon bei der Lava raus und du? Ich bin jetzt auch in diesem Loch. Ega, was ist das? Wo muss ich hier lang? Ey, diesen Jump schaffe ich doch niemals. Wie soll dieser Jump gehen? Wie soll der gehen? Sag mir das, Wilko. Der Jump? Wie der gehen soll? Einfach springen. Ja, einfach springen. Als wäre es so einfach. Es geht wirklich nicht, Wilko. Hä? Junge. Es geht nicht. Es geht nicht, Wilko. Es geht. Nein. Es geht nicht. Es geht. Ich bin doch auch hier oben. Mit dem Scheiß geht es. Ey, ich nehme mit dir nie wieder ein Jump and Run Video auf. Du kannst mich aber, Wilko. Besser so für deine Nase. Ich will das auch nicht mehr. Dir macht es einfach keinen Spaß, weil du mich... Verarschst du mich hier? Nein. Ich verarsch dich nicht. Ja, sag dir nein. Ich spiele voll Legend. Wir können auch Seiten tauschen. Kein Problem. Wie machst du es dann? Dieser Jump ist unmöglich. Junge, warte. Wo bist du gerade? Hier. So. Das Ding ist, das Video können wir ja jetzt noch nicht mehr bringen. Du bist ja einfach richtig schlecht. Ja, ich gebe dir gleich schlecht. Schlecht in meiner Fresse. Zack, zack. Dann springst du hier rüber. Hier. Dann springst du hier rein. Zack. Hier hoch. Hier hoch. Dann springst du hier lang. Hä? Hast du gesehen? Richtig einfach. Mega einfach. Ja, deswegen hänge ich hier auch 20 Minuten... Fucking 20 Minuten bei diesem Jump-Run-Fest. Ja, ist nicht schlimm, Pascal. Jeder hat seine Talente. Ja, du hast gar keins. Komm, hier. Guck. Ich zeige es dir. Ich zeige es dir. Komm. Jetzt musst du einfach da reinspringen. Hier. Guck. Warte. So. Guck. Ey, jetzt guck... Ich gebe dir mal kurz Fly, okay? Jetzt guck mir mal zu. Guck mir mal zu. So. Hier. Du springst hier lang. Dann springst du hier lang. Dann springst du hier durch. Ja, bis dahin habe ich es auch eben geschafft. Dann springst du hier lang. Springst du hier hoch. Hier lang. Springst du da lang. Hier hoch. Springst du hier hoch. Zack. Musst du da nochmal reinspringen. Willst du mich verarschen, ne? Ist doch nicht so schwer. Ja, mega einfach. Hier. Ich habe gewonnen. Super. Der nen Scheiß, Wilko. Es geht nicht. Ja, und es ist halt echt keine Verarsche. Was würdest du machen, wenn das eine Verarsche wäre, Pascal? Digga, ich würde zu dir nach Hamburg kommen und ich würde dich behindert töten. Es ist einfach so ein Krampferender. Ist das verarsche, Wilko? Ganz. Digga, sag, sag, sag. Ey, soll ich dir mal meinen Trick verraten, wie ich es geschafft habe? Wie? Komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit. Also dieses Jump and Run ist vom Ding her richtig easy. Also jetzt mal for real. Komm mal mit. Hier. Alles richtig easy. Du kannst jeden Sprung richtig einfach schaffen. Wo bist du? Flieg mir doch hinterher. Du kannst alles schaffen. Also wirklich. Jeder Sprung ist schaffbar. Ja, mega einfach. Du musst nur wissen, wie. Wie? Wie? Okay, pass auf. Es gibt hier einen Trick, okay? Also. Du brauchst einfach nur den hier. Wilko? Ja. Willst du mich verarschen? Ja. Willkommen beim neuen Video, Pascal. It's a prank, Pascal. Mein Lieber, du hast das so geil gemacht. Du bist der Beste, ich schwör's dir. Ey, es tut mir leid, okay? Es tut mir leid. Aber, Leute, ihr in die Kommentare seid darauf gekommen. Und ich dachte mir, warum nicht einmal mal die Tat umsetzt. Pascal, du bist einfach der Beste, was sowas angeht. Ich kann mich einfach zu geil verarschen. Tut mir leid, Pascal. Du wirst behindert gehauen, du wirst behindert gehauen, du. Ey, es gibt so Krieg. Es gibt einfach so Krieg. Das ist die offizielle Kriegsanstache. Ich sag's dir jetzt schon. Ja, wahrscheinlich, Karl, Pascal. Es war ein Joke. Ja, mega Joke. Du wirst Joke sehen. Du wirst ein Joke sehen. Ey, Junge, verstehst du keinen Spaß, oder was? Damsam reicht es mir mit dir. Damsam ist wirklich Grenze erreicht. Guck hinter dich. Yo, wie kommst du denn auf einmal her? Wilko? Ich sag dir jetzt eins ins Gesicht, ne? Ja, was? Das gibt Krieg. Es gibt Krieg. Entspann dich doch mal, Junge. Das war ein Spaß. Es war ein Spaß. Ey, chill mal. Chill mal hier. Komm, wir können es doch gerne nochmal aufnehmen. Hier mit ein bisschen Sprungkraft. Mein Gott, es war ein Spaß. Chill. Alles gut. Du brauchst Berührungstabletten oder so, glaube ich. Das ist doch nur ein Spiel, Mann. Es gibt Krieg. Tschüss. Leute, hat er überreagiert? Was sagt ihr? Leute, Daumen nach oben für die Aktion. Es war doch lustig. Es ist doch nur ein Spaß. Und ganz ehrlich, jetzt tut Pascal so, als wäre es ein Unschuldslamm oder so. Aber nee, 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 nee. Das stimmt nämlich nicht. Wenn ihr meine alten Minus mit Pascal... Also, Leute, das war doch nur ein Spaß. Was sagt ihr? Eure Meinung nach in die Kommentare. Tja, ich fand es mega lustig. Und ihr, bis dahin. Ciao, ciao.